nochmal spiel erstellen lass uns mal jetzt ein bisschen zeit werde ich auch nicht angreifen ich will mal diese komischen pendel dinger da testen ach quatsch muss einen privaten slot machen kann ich dann gleich mal zeigen jetzt habe ich so weit bin ich in der serie noch nicht das letzte was ich geguckt habe war sechsel ja und mit diesem pendel ding an das ist komplett neuland für mich kommt die serie der sohn ich bin auf prosimax oder so aber ich ist das ist der nachteil wenn man schon kein richtig fernsehen mehr guckt wissen ich gucke ja ja den fernsehen mehr ich also weil ich weiß ist immer noch 5 dies das ist doch schon lange die bär da kam doch schon dennoch 5 dies und sechsel kam doch dann schon von sechsel haben sie dann angefangen zu wiederholen das habe ich noch mitgekriegt verbindung zum haust unterbrochen ja hatte klar noch mal du bist ja trofäen stufe 25 du fuhl auch klar aber ich ja auch im hangout ja auch geschrieben stimmt so dann schauen wir mal verbindung zum gegner wurde unterbrochen was sind das für ein scheiß ja da ist ja hatten wir hatten wir erst dann aber nicht jetzt habe ich vergessen jetzt habe ich vergessen im privaten zu machen warte mal so spielstellen das sind halt die konami server wie ist das jetzt eigentlich wenn wir jetzt zu zweit spielen und ich sage lass mich mal gewinnen und ich gewinne haus hoch oder so kriegt dann auch 1000 punkte oder kriegt dann mehr punkte oder wie läuft denn dann mit den punkten für karten kaufen ich glaube da kriegst du keine punkte so glaube ich das müssen wir mal gucken also ich habe keine punkte bekommen da steht gewonnen da bin ich sofort ins hauptmenü warte mal ich werde ich werde ja mal gucken werden wir jetzt ja sehen ich oben steht ja wie viele punkte ich habe egal ob du gewinnst oder verlierst du bekommst immer punkte ich habe so ein brenn von der kohle alter schau schau ja diesmal klappt es bei mir ist auch noch mein mikrofon ansehe gerade ok ich denke mal das ist das von der kamera warte mal das ist jetzt alles so neu hier mit den scheiß einstellungen ton und geräte anpassen mikrofon mikrofon stumm schalten ist doch an sehr kurios warum mir denn trotzdem mikrofon angezeigt wird gab es auch dumm schalten stumm so kam oben ein mikrofon drinnen bei mir bei odin keine ahnung wieso pläschchen pläschchen pack könnte möglich sein so was haben wir denn hier so dann werden wir mal ach so ich kann ja noch nicht du bist ja noch dran richtig ok ok so dann machen wir das als setzen ist noch kein pendelmonster oh was haben wir denn hier schönes so nice ich will mal diese komische pendelbeschwörung machen also ich brauche eigentlich nur die pendelmonster da links rechts drin packen und dann irgendwann erscheint denn der wirbel oder was so habe ich es mal verstanden hast du schon mal eine pendelbeschwörung gemacht ja ja das tutorial tutorial habe ich nicht gespielt oder doch eine runde da habe kalber cool sache was haben wir denn hier denn was haben wir da beschwören ja gehen so noch effekt aktivieren was hat denn der für ein effekt überhaupt habe ich gar nicht nachlesen ach ich kann denn eh ne karte von dir zerstören oder was angriff angriff nicht angriffe der effekt annullieren ah ok ist ja auch cool aber aber nur für einen spiel such wenn du falsch bist ist das immer da habe ich mir jetzt gar nicht durchgelesen was der hier für ein effekt hat so ach ne falsche taste so irgendwann kommen hier schon meine pendelmonster ja irgendwann bei welchem kampf kommt denn achso wenn in der story wenn du weiter voranschreitest da kommst du denn wenn na so weit bin ich ja noch gar nicht neustisch ich werde mal für uns hier das packen zack da können wir halt besser fusionieren und sowieso ja wenn die fusion store aufleuchtet also sprich ja wenn ein anderes symbol zu sehen ist dann hast du irgendwelche fusion monster auf der hand die du verwenden kannst wie wo leuchtet er durfte fusion store an also die ganze feld leuchtet bei mir gerade ne die fusion karte wenn dort zum beispiel ein symbol zum aktivieren da ist da hast du irgendwelche fusion monster auf der hand wo du aktivieren kannst ah ok setzen so was haben wir denn hier schönes haben wir das das hier habe ich dann das und das haben wir auch auch den hole ich mir mal zack ja genau ach du siehst meine karten oder was ich sehe deine karten nicht wo du die gezogen hast hat er einmal kurz gezeigt und dann umgedreht ah cool so und dann machen wir jetzt die nächste greift dich auch nicht an nicht mehr ich musste tech sowieso mal überarbeiten ich habe zu wie zu viel starke monster wurde ewig brauchst die rufen zu können naja ich muss ein paar vier stern monster mit 1800 und so noch hin packen ah da habe ich ein pendel ich habe ein pendel monster so details achso ne gut packst du halt darin und was haben wir hier noch das achso ne da müsste ich eben als tribut opfern will ich nicht also nächste runde also eben pendel monster schon mal drinnen ja ich habe schon ewig gebraucht bei dieser bei diesen bei 5 dies da mit diesen turbo fusion und 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 so durch zu sehen und jetzt kommt auf immer pendel fusion und so einen schoten dafür bin ich zu alt dafür bin ich zu alt alter echt oh das war die beschwöre ein fusions monster als fusions beschwörung von deinem extra deck und verwende dabei ein monster von deiner hand oder spielfeld als fusions material aha coole sache also könnte ich praktisch das setzen und dann kann ich das eigentlich so also kann ich das nicht aktivieren ok dann werden wir das einfach mal so zack wenn man die karten braucht die man will wisst dann kommt wieder ewig nichts krieg hier haufen zauber und fallen siehst du die habe ich auch in meinem deck auf die warte gerade hoch die soll auch hier noch irgendwo kommen dann kann ich die hoch sind packen und dann jetzt habe ich hier die die duo hast hier aktivieren aktivieren beschwöre ein fusions monster als fusions beschwörung von deinem extra deck verwende dabei monster von deiner hand oder spielfeld als fusions material wieso kann ich nicht ich hab das doch naja wird damit schon irgendwann mal was anzeigen so nächste runde ich krieg jetzt hier nur zauberkarten irgendwie um ein monster zu verstärken oder zu töten und was wisst ich aber hier kriegt ihr nicht irgendwie mhm scheiß pendelding immer noch nicht wie viel habe ich jetzt hier drauf in der marke nächste runde ich habe nicht mal schwache monster jetzt um irgendwas zu rufen alter störe ein offenes monster mit niedriger aktiker also aktiviert diese effekt du hast jetzt wir schon drin so schauen wir mal du musst dann eh nur umdecken und dann sagt er du kannst das fusionieren oder was das werde ich ja gleich sehen wenn es funktioniert die chestkarte nervt mich langsam du hast du hast du hast ich das du hast du hast ach noch das habe ich was du gerade gezogen hast habe ich auch in meinem deck sagt er mir die soll ich aktivieren auswahl 1 aktivieren kann ich nicht machen auf die nächsten karten warten es müsste ja ein bisschen zügiger karten kriegen gegner hat eine karte gezogen effekt aktivieren aber auch wieder nicht das was ich brauche nicht 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 jetzt haben wir die die wir setzen so um eine leerkarte setzen so was haben wir hier ja einfach mal effekt aktivieren nehmen wir einfach mal das das und das so und zack neue karten aktivieren oh jetzt muss ich den opfern oder war es will ich gar nicht doch wo stehst der hat doch viel weniger power oh eine trophäe fusion ich habe ja noch die nicht aktiviert er hat noch keine zwei marken was sind du hier sie macht jetzt freu ich mich auf irgendwelche effekte ja ich werde die penne beschwerung machen ich ja auch ja 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 da kannst du uns da aus dem spiel entfernen ok gut gehen wir uns mal auf habe ich noch später kann ich hier habe ich jetzt hier auch jetzt bemarkten genau ach so wollte ich ja gar nicht beschwören ich wollte sie ja in die verteidigungsmodus setzen naja scheiße ja das ist wieder sowas mit dieser mit dieser pendelbeschwörung wenn man die serie sieht dann weiß man wie die geht aber wenn man ich habe ja die neue neue an hier sehen jetzt greift er mir ohne an der vogel du hast nicht gesagt dass ich dich nicht angreifen darf du hast nur gesagt du bist ein bisschen rausgegangen oh cool da haben wir doch was so was haben wir denn da dann nehmen wir mal das setzen und den sitzen wir hoch so und ok ja 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 der richter führt dich zum gericht du kannst ein monster in deinem was du kannst ein monster in deinem friedhof aus dem feld der friedhof ist da will ich ja hier aktivieren aber hier ist ja aktiviert du kannst ein monster in deinem friedhof aus dem spiel entfernen um normales monster auf der hand naja ja ja so was haben wir denn hier schönes noch nicht hat er schon wieder rum ja gerade ich glaube so so was du kannst kann ich auch erstmal den fetten hier weg den weg ja ist klar alle weg was ist das ein bisschen übertrieben bist du ein arschler bist du da wieso hast du ein bisschen übertrieben jetzt ja das ist ein bisschen übertrieben ich habe nur gewartet bis du mich angreift ja also bist du noch dran es muss ja mal wieder ein paar monster packen dass ich hier mal wieder und einmal einmal dreimal und go pendel da musst du praktisch eine auf dem feld und links und rechts inne haben du musst nur genügend wasser im friedhof haben ok dann müsste ich ja auch gleich müsste ja meine pendel monster gleich mal kommen dann kann ich die jetzt auch packen so dann müsste ich ja auch gleich mal gucken was da passiert oh mal zum ein bisschen abschrecken hoch nur eine billige fusionskarte ich sehe jetzt hast du es kapiert das hat er mir vorhin nicht angezeigt ja dann go ach nee angreifen sollst du die wieso kann ich die nicht angreifen ich kriege kein monster braucht doch ein paar monster auf dem spielfeld dass ich hier mal krimine gleich einmal beschwören wäre schön wenn ich nicht mein monster zerstören könnte ist dass ich hier mal größer bekommen kann was du doch überhaupt ja irgendwie passiert nichts weil du noch einmal in der battlephase bist ach so ich bin in der battlephase sagt doch sagt doch what auto mhm jünger dot alter ich habe noch nicht mal pendeln gemacht du wirst jetzt sehen wie sie aussieht ich würde selber machen was da ich schwöre ich habe noch 33 karten jetzt muss ja dann umfang mal meine pendelmonster kommen ja ich würde mal sagen es ist aber schuld wenn zu viel karten einsteckt ich kann jetzt auf einmal kann ich wieder aktivieren ist auch nicht schlecht ja wenn es normale mastercard sind ohne effekt jetzt kann ich dass hier was zauber oder fein karte ja so karte wählen ach da kann ich jetzt auf einmal zwei machen aha ja ja okay das okay 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 das habe ich raus so Zerstör nicht meine Monster! Bitte! Hatte jemand Angst um seine Monsterchen? So, zack! Oh, hier leuchtet was! Spielbeschwörung Aha! Oh, schon wieder ultimative Form habe ich gerade hier ein Profil gekriegt. Mhm. Und jetzt weiß ich es. Jetzt zeig ich das hier sehen, wie das aussieht, wenn es da unten aufleuchtet. Oh, nicht schlecht. Ach, das ist jetzt diese Synchro... Ne, Quatsch! Diese Nummer-Karte ist das da jetzt, oder? Ja, eine Nummer-Karte. Nein, das war eine XYZ-Beschwörung. Das war eine... Ich kenne nur XYZ-Drachenkanone. Nein, schau mal, was versteht. Fels, XYZ und Effekt. Ah. Das war jetzt eine XYZ-Beschwörung. Keine normale Beschwörung. XYZ-Monster, okay. Ey, die kenne ich auch nicht. Ey, habe ich denn so viel verpasst? Scheint so. Scheint so. Effekt aktivieren. Cool. Ich bin immer noch dran. Ne, du bist dran. Ja, du bist immer noch dran. Und du bist dran. Oh, ne? Ne, du. Oh, Alter. Hm? Hm? Was haben denn deine für Mondnet? Was haben denn deine für... Leck mich am Arsch. Wieso? Hm? Wieso? Leck mich Arsch. Ja. Ne, die haben ja hier fette Punkte, deine hier. Oh, ein kleiner Powerschub. Ja. 2-2, 2-2, gut. Dann werden wir mal betteln. Angriff. 2-6. Kann ich gar nicht angreifen. Klasse. Mal die Karte weg. Andere. 2-6. Oh, Alter. Hallo. Hehehe Joya! Klo? Globster, oh... Nochmal, ey, ich werde bescheuert. Du siehst ja, ja. Ah, stimmt, ja. Bist noch an Sicherheit. Oh, 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 oh. Jetzt ist er weg, ist mir auch egal. Wer ist denn weg? Bei ENA MTS? Keine Ahnung. Jetzt sehe ich ja nicht mehr, welche die hohe Power ist. Ja. Ist ja doof. Ähnlich wie mit Zauberhüten. Tristeln, richtig genau, tristeln, falsch. Oh, der ist gar nicht hier. Nee, ist das nicht. Nö. Ist das der? Auch nicht. Ja, schön. Ich brauche nicht mal die Zauberkarte Zauberhüten. Ist das der? Nee, war das auch nicht. So. Ich habe keine Karte mehr auf da. Versteht, jetzt müssten auch eigentlich langsam mal meine Pendelmonster kommen. Theoretisch, aber praktisch. Nichts. Und der haut nochmal in, ist da die Kette bescheuert, alter. Und da ist er ja. Da ist er ja. Okay. Okay. Hm, was machst du denn nur? Und das die Pendelmonster sag ich mal nicht so schnell kommen liegt darin, weil du zu viel Karten reingestopft hast. Ich könnte in der nächsten Runde wieder gemein sein. Ich denke mal, jetzt müssten sie aber langsam echt mal kommen, weil ich habe nicht mehr so viele Karten. Ich habe eine Nachricht im Skype. Ja, konzentriere dich ruhig auf Skype. Also, okay, ich werde sein Handy ruten können. Ich habe deine Monster zerstört. Echt? Ja. Ich habe deine Monster zerstört. Wow. Hü-hü-hü. Jetzt zurück. Okay. und jetzt ist mir irgendeine karte soll ich mir jetzt auswählen doch ach so ich kann den gegner decke kann den deck kann ich angucken so zum zauberstab und verstärkung und was du ja bist du bist in der phase 2 du müsstest sagen beenden ja wenn du so lange ja in mein deck rum schnüpfeln warst ach falsche karte sieht so aus so so aber hat auch spaß so eine entspannte runde wenn man weiß man will einfach auf irgendwas hinaus und es kommt nicht das kann ich doch nicht bei youtube hochladen was soll ich das nennen versuch versuch ne pendelfusion zu machen kannst du ja so hinschreiben obwohl schon mehrmals passiert ist ja ich hab ich will es ja versuchen ich kann dich nochmal ärgern und mit einem schlag dich auslösen einmal zweimal schon wieder wie oft kannst du denn die rufen dreimal viermal und fünfmal zum grünen abschluss wie oft kannst du denn die rufen pendelmonster landen automatisch auf dem fusionsdeck beziehungsweise auf dem fusionsplatz so und wenn links und rechts pendelmonster ist kann ich die pendelmonster immer wieder beschwören so oft wie ich will die landen nicht auf dem friedhof so 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 setzen in die pendelzone jetzt geht es bei mir los mit pendeln wenn es bis dahin ausreicht schau mal ich will gerade nicht noch ab ich kann den gar nicht wieso kann ich den nicht angreifen wieso kann ich den nicht angreifen mal gucken jetzt nächste runde nächste runde kommt noch mal ein pendelmonster effekt aktivieren ja cool draußen bis jetzt im arsch scheiße kann die andere vorherpacken sein scheiße du willst ein pendelmonster hier hast du ein was habe ich bin immer noch bei 5800 noch was er sagt timer eine stunde zwei aufnahme schon vier gigabyte warte wir machen mal hier ich mache mal aufnahme kurz stoppen eine vernünftige runde machen mal noch